Hey, Alter! Was geht? Ich war willkommen zu einem Video mit... Alter! Was geht? Was geht, Brian? Du warst schon blöcker! Hände, rauf so schnell! Geh dir bitte! Lass es! Was macht er da? Jetzt ist er so schnell, Alter! Ich war so gerade... Du betrachtest mich in den letzten Folgen, Generation, machst mich richtig schnell! Du bist ja schon in der Mitte, wie schnell baust du eigentlich? Machst du dich platt! Hände, hör auf damit! Nein, 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 nein! Hände, Alter! Leute, wir müssen schnell aufhalten, bitte, 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 bitte! Alter, geh weg mit deiner Spülsacke, du kannst hier gar nichts. Alter, was versuchst du? War nichts. Was ist deine Mission? Alter, ich hätte ihn runterschubsen können, Leute. Ich wollte die Blöcke abbauen. Warum? Oh nein, nein, nein. Alter, mach langsam, bitte. Komm, ich schluck's ab. Tschüss. Das war's mit mir, Leute. Ich sag ehrlich, das hat jetzt Emrex. Yeah. Nein. Jetzt hat's auch keiner Emrex mehr. Das ist ein bisschen für uns, Leute. Jetzt können wir alle holen, Alter. Alter, hier liegen sogar noch welche. Oh, Leute, wir haben heute ein neues Update in Lucky Love. Und zwar kann man nicht mehr fliegen, Alter. Das war nicht geaktiviert. Komplett nicht. Was? Ich fliege trotzdem. Das ist mir egal. Alter, das geht nicht. Man wird dann gekickt und das Item wird gelöscht, Alter. Was? Das heißt, sogar wenn wir Schade haben, dürfen wir heute nicht fliegen. Das wird dann richtig schwer. Ey, das ist viel zu übertrieben. Ja, Alter, das sind die neuen Regeln. Das ist von den oberen Mächten so gemacht worden, Alter. Das kann ich nicht. Ah! Bitte will er nicht. Yeah. Leute, ich habe richtig viele Phantasialike-Blöcke. Das war's mit dir. Ich hoffe jetzt auch gleich welche. Leute, ich hoffe, wir kriegen hier schnell irgendwie Emerald-Blocke raus. Bitte, bitte, bitte. Warte! Meine! Ich hatte mir eingelegt. Du Dieb. Die sind alle für mich, Ente, nicht für dich. Wird, wir kriegen hier nochmal irgendwo raus. Nein, wir brauchen schnell Emeralds, Leute. Bitte, dafür habe ich mir noch gekauft. Ich kriege hier Eisen. Ich kriege hier einen Tee. Aber ich kriege keine Emeralds. OP-App für wenigstens. Nice. Dann können wir Ente locker platt machen, Ente. Ich sehe dich da vorne. Hä, was denn? Guck mal, was ich gleich in der Hand habe. Warte hier, Ente, das ist sauer. Ente, bitte, den Schalter, bitte. Let's go, Leute. Oh, wir haben ja ein Schwert, oder was? Hä, was ist das denn? Das kann schmelzen. Hä, das Pupsschwert. Ente, wo bist du? Bin hier, wo? Das Schwert will ich sofort ausprobieren gehen. Und nein, nicht einen Emerald bekommen, Leute. Wir müssen weiter vor allem gehen. Das darf nicht wahr sein. Egal, Leute, wir werden den platt machen. Ich sage, nein, was mache ich hier? Hä, was war das denn, Zufall? Oh, oh, oh. Zack. Wir haben hier oben noch das ganze Essen und die TNT-Blöcke geholt. So, Ente. Wir liegen auch noch Emeralds. Wie viele sind das? Nur einer, leider. Egal, wir müssen noch mehr holen. Alter, du hast schon einen OP-Schwert, oder was? Alter. Nein, gar nicht. Nein, vielleicht können wir mit dem Pupsschwert hier was schaffen, Leute. Warte. Weg, Bro. Es geht doch gar nicht los, Ente. Ei. Als ob ich im Wondet bin. Oh, oh. Mit deinen Items. Ente, die hole ich mir wieder. Bleib stehen. Du hast keine Chance. Was? Wie stark bist du, Ente? Was hast du gegessen? Super stark. Mein Schwert gibt mir extra Herzen. Ich brauche mal einen OP-Apfel. Wo ist der OP-Apfel, Ente? Wir können reden über alles. Komm doch her. Ich muss dich nur runter abschützen. Du darfst eh nicht fliegen, falls du fliegen kannst. Flieg. Nein. Nichts gibt's. Nein. Ich hatte die OP-Apfel im Inventar, Leute. Ich hab's gesehen. Die sind grad drunter gefallen. Ente, lass das Arge gehen. Warum bist du so gemein? Komm doch her. Du bist gemein, Ente. Und dass du so gemein bist, das akzeptiere ich nicht in meinen Videos. Komm doch rüber. Du musst netter sein, Ente. Sein, Ente. Jetzt haben wir den, Leute. Oh, da liegt noch Phantasie-Gem bei dir. Die gehört ja nicht. Geht nicht zurück. Lass sie da rein. Ante. Ich nehme das nur mit, Ente. Das ist nur die Inventarkontrolle. Ich bin nur das Ordnungsamt, Ente. So, Leute. Ganz schnell. Wir müssen damit schnell irgendwas craften gehen, Leute. Wir lassen einfach mal die Emeralds fliegen, Leute. Das Phantasie-Gem ist richtig gut. Das würdet ihr gleich sehen, wieso. Und das ist sogar richtig viel. Ante, Ante. Danke für die große Spende, Ente. Das wäre nett von dir. Das war unabsichtlich. Gib mir das zurück. Wirklich sehr großzügig, Ente. Ich wusste nicht, dass du so nett sein kannst. Ich bin nicht nett zu dir. Warte mal. Man kann eigentlich mit der Rüstung fliegen, aber heute dürfen wir es nicht. Fällt mir gerade ein, Leute. Nein. Oh, ist aber schade, Alfa. Oh, okay, Leute. Ich muss direkt wieder runtergehen. Man darf nicht fliegen. Also, wenn ihr mich runterschubst, muss ich weiter runterfliegen. Wie macht man das Schwert? Wie macht man das Schwert? Schnell gucken, Leute. Hier, zack. Wie macht man das hier? Aha, so zusammen craften. Okay, easy, easy. Zack. Und dann das Schwert. Wow, 34 Attack Damage. Wie mache ich das Phantasmus-Schwert, Alfa? Ähm, Hänse, weiß ich leider nicht, Kumpel. So, fragst du den falschen, Ente. So, und hier zusammen craften. Ente, wo bist du? Habe ich die Hose an? Ja, habe ich. Okay, fliegen darf ich jetzt nicht. Das ist ja voll komisch, wenn ich nicht fliegen darf, obwohl ich fliegen kann. Okay, Leute, müssen wir uns vorsichtig rüberbauen. Hänse, ich sehe dich dahinter. Was geht, Bro? Äh, Ente, willst du jetzt schon kämpfen, oder was? Ente. Natürlich, komm her. Ente. Lass es. Werd weg, Kumpel. Ich habe alleine keine Brustplätze. Ich habe auch keine. Komm her. Ente. Versuche gar nichts. Ente. Nein, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wo bist du? Ich bin blind, Alter. Ich sehe auch nicht mehr einen Block. Hä? Doch, ich sehe die Sonne. Oh, ich weiß wohl, ich bin heute ungefähr. Okay, Leute. Wo bin ich? Ich bin auf dem Boden. Wie lange dauert das? Hä? 45 Sekunden. Was? Ich sehe wieder was. Wo bin ich? Ich sehe wieder was. Ente. Ente, Bro. Äh, was geht, Bro? Ja, bleib genau da stehen. Ente. Oh, nein. Komm, wir werden es abwauen können. Wir werden es weglaufen können. Oh, nein. Das ist überhaupt nicht gut für dich. So, wir sind noch lange nicht krass genug. Wir müssen uns erstmal unser Bett sicher einbauen, Leute. Dafür brauchen wir. Bin ich auf sie. Wir haben, Leute. Wir holen eins. Das ist auf sie. Ey, du hast schon einen Bogen, Ente. Woher? Was ist der Bogen? Was? Habt ihr den auch gekropft? Das hat, Leute. Daran habe ich gar nicht gedacht. Aber der macht gar kein Schaden, Ente, sich gerade. Was? Das ist sehr gut. Und runterschubsen. Das kriegst du nicht hin, Ente. Gib auf. Fahr runter. Ente, das kriegst du nicht hin. Vertrau mir, Kumpel. Mich kannst du nicht runterschubsen, Ente. Ich bin zu krass in Minecraft. Nein. Minecraft ist mein Lieblingsspiel. So. Ey, Bro, was geht? Ente. Es reicht. Ente. Spende. Ich will nur die. Weg von deinem Schiff. Ich will nur die anderen Schiffen, Ente. Für mein Band. Ich brauche Obsidian. Ente. Jetzt. Ente. Okay, wie du willst, Ente. Nein. So, Leute, schnell Obsidian mitnehmen. Zack, Ente. Danke. Den Bogen lasse ich sogar. Vor dem will ich eigentlich haben. Den ist das gut. Warte. Lass es. Bitte, Ente. Runter mit dir. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, Leute. Hoch, hoch, hoch. Ja. Wir haben es weggeschafft, Leute. Nice. Und jetzt schnell das Bett einbauen. Ey. Wir müssen wir gefolgt. Ja. Wir müssen wir gefolgt, Ente. Ich kriege sie nicht runter. Gib auf. Deine Schiff ist weg. Wie, meineine Schiff ist weg. Das ist abgewacht. Tschüss. Ey. Gib mal. Gib mal noch Obsidian-Blöcke wieder. Ich hab gar nichts. Doch die droppst du hin. Ah. So. Die haben wir wieder. Können wir uns aber noch besser damit einbauen. Du bist ganz schön frech, Ente. So, zack. Bin ich frech. Ich will gewinnen. So, doppelt versichern hier, Leute. Zack, zack. Wenn du das wirklich niemals kriegst. Und hier noch ein paar Blöcke. Vielleicht noch Eisenblöcke. Vielleicht machen die das auch ein bisschen krasse. Wenn du wirklich gar keine Chance hast. So, Leute. Wie sicher sieht das denn bitte aus? Guck dir niemals das Bett. Oh, oh. Leute, was hat der da? Was warst du für ein Blöds, Ente? Wieso hast du schon eine Besuche? Woher? Ja, woher? Weiß ich. Leute, ich brauche schnell ein paar mehr Emryx. Wenn du mich einmal runterschubst. Es ist Game Over für mich. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ente. Die Mütze gehört mir. Das musst du einsehen. Let's go. Oh, zum Glück nichts gebracht, Ente. Dann die Besuche. Die ist voll schlecht. Die ist voll schlecht, die Besuche, Ente. Die bringt gar nichts. Die ist leer. Hier. Sehr gut. Was ist doch denn dir, Wurzlacki-Box, ne? Ente. Warte ab, bis ich gleich wieder rüberkomme. Du mit deinen OP-Eichens. Das bringt ihr überhaupt. Ente. Bitte. Du hast einen Schaukel drauf. Lass mal abends Schaukel in Ruhe. Ich besiege alles hier. Ente. Oh, das bringt ja gar nichts. Tschüss. Weil ich lieber, Ente, pack das weg. Ich brauche noch meinen Bogen, Ente. Komm her. Ja. Als ob der nicht gewonnen ist. Ente, wo was Besseres ist, du. Du bist viel zu schwach, Ente. Ich sag dir ehrlich. Du bist gewinnt. Das schaust du heute nicht, Ente. Gib auf. Wie viele Emeralds brauchen wir mindestens. Ich glaube schon ein paar Stück. Ente, kraftet da gerade irgendwas zusammen, Leute. Oh, oh. Was ist das? Gefährlich aus, Leute. Hat dieselbe Rüstung wie wir. Ich sage, ich packe mal lieber irgendwo ein paar Emeralds weg. Wir müssen irgendwo verstecken, Leute. Wo die Ente nicht wenden kann. Komm her. Oh, oh. Einmal jetzt versteckt. Ente, du willst kämpfen, du. Oh, oh. Ente. Ja, komm her. Fantasi, Fantasi. Achts ab. Das macht mir viel Schaden, Ente. Ich bin blitzt. Ich bin blitzt. Mir wackelt alles, Ente. Komm her. Tag, 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 Angriff. Attacke. Komm, 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 komm. Jetzt noch Bogen spam. Ja, wir haben sie besiegt. Nice. So, Ente. Das ist was. Jetzt mit dir. Ich komme rüber. Ihr wisst, Leute. So, ihr habt gar keine Schocks. Ey, was hast du gekraftet, Ente. Pack das weg. Ich darf nicht hochfliegen, Leute. Nein. Oh, oh. Was machen wir jetzt? Ich muss mich schnell besiegen hier. Zeig. Ich habe so viele Emirates. Oh, oh. Ja, okay. Wir spawnen noch, Leute. Das Bett ist gut. Aber es ist nicht schön. Ente, du darfst auch nicht fliegen. Das musst du wissen. Ich weiß. Aber ich mache sich trotzdem Platz. Womit, Ente? Mit Pizza aus dem Trollblock. Ente, die Pizza bringt überhaupt nichts. Wie? Warte, du hast Pizza. Ich bin runtergeflogen. Oh, das ist sehr gut, Ente. Mach weiter so, Ente. Spiel weiter so. Wirklich. Also, wo hast du das Spielen so gelernt, Ente? Von dir, du Loser. Das muss ich dir sagen. Das machst du wirklich echt gut, Ente. Wirklich. So, let's go. Jetzt haben wir ein paar Emirates. Und jetzt schmal Lucky Blöcke holen. So, ich willst du einen neuen Laden, Ente? Hast du in der Zeit was gemacht? Nein. Natürlich. Ich mache auch Troll-Lucky Blöcke. Das klingt eigentlich ganz gut. Sehr verlockend. So. Aber da gibt es doch die Illuminati-Rüstung. Die OP-Illuminati-Rüstung. Oh, ein Badrush-Böcke. Damit ich immer runterschubsen kann. Weil man darf nicht fliegen. Ich habe die Illuminati-Ruse. Ja. Warte. Was ist denn Schwerse, Ente? Befurt. Nein. Ich habe einen Troll-Boschen getrunken. Der ist negativ für mich. Nein. So, wer. Nein. Äh. Trotzdem besiegt. Wie? Dank für das Schwert, Ente. Mann. Bei mir ist das aber alles in Langsamkeit. Seht ihr das? In Slow-Motion. Nein. Kann ich die Blöcke bitte noch irgendwie abbauen, Leute? Ah. Was soll das? Leute, Leute. Dann habe ich einen anderen Plan. Dann ziehe ich die erstmal alle. Dann muss ich mich, glaube ich, gleich besiegen gehen. Weil abbauen kann ich die nicht. Das Schwert haben wir auch noch von hinten. 200 Attack Damage. Ah, ist das nice. Und jetzt war das hier dein Schwert. Welches? Hey, Mann. Willst du uns die ganze Zeit voll damit? Wo bist du, Bro? Nein, nicht die Hose. Nicht die Hose. Schnell weg. Wieder. Schnell wieder weg. Jetzt ist gerade fast riskiert, Leute. Das dürfen wir nicht riskieren. So, ich springe einfach lieber runter, Leute. Stopp hier alles hin. Entweder nicht mein Items klauen, okay? Ich werde dein Items klauen. Muss ich kurz besiegen gehen, Bro. So, ganz schnell. Verzütert sich. Ja, das ist nicht hier. Alles gut, Leute. Alles geschafft. So, die haben die Hose wieder und alles. Let's go. Und jetzt die Leiche aufmachen. Let's go. Was kriegen wir raus? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, nein, nein, nein. Ich schicke Face. Es könnte sein, dass hier die Pizza rauskommt. Komm schon. Und? Nein, nicht die Pizza. Schade. Aber das schwert hier. Ente, was war das? Äh, gar nichts. Hast du irgendwas gespawnt, Ente? Nee. Oh, ich habe einen Knockback-Stick, Ente. Willst du fliegen? Okay, ja. Ente, ich weiß gar nicht. Ja, hier ist Pizza. Let's go, Leute. Lass deine Pizza essen. Dann sind wir unbesiegbar, glaube ich. Let's go. Wir haben Rech-OP-Effekte. Komm, Ente. Hey, Befekt. Nein. Ich muss mit runterfliegen. Nein. Ente, was ist alles? Äh, was ist das? Ist doch gut, du musst besiegen. Jetzt schubst du mich runter, Ente. Ich habe gar nichts gemacht. Du bist selber runtergeflogen. Oh, oh. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, das ist auch da. Nein, Ente. Leute, wir haben ein Riesenproblem, Leute. Wir haben ein Riesenproblem. Glaube ich. Wollen wir machen das hier? Das brauchen wir, ja. Das wird die Rache-Gemente. Rache von dir. Wir haben kurz reconnected. Da sind die wieder. Und da hast du die Zeit wieder ausgenutzt. Zum Glück nicht. Aber wir müssen es malen. Wir müssen es malen. Natürlich. Und ich mache Future auf. Die bringt auch gar nichts ohne Fliegen. Stimmt. Doch, Ente. Macht die auf. Macht die auf, Ente. Wirklich, ich vertraue mir. Die sind gut. Bringt mir auch gar nichts. Die sind schlecht. Doch, Ente, die sind richtig gut. Die kommen schon, was kriegen wir für Geschenke? Bitte irgendwas Krasses. Komm schon. Aber, 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 komm, Ente. Ich werfe dich gleich damit. Die kann man essen. Das will ich gar nicht. Ich habe den Troll geholt. In der Hoffnung, dass hier irgendwo wieder die Illuminatirus rauskommt. Aber die kommen nicht. Ich habe wieder Knockbacks, die Ente. Willst du wieder fliegen, Ente? Ich habe schon. Ich kann kleiden. Einfach mal. Und, komm, Ente. Ah, ja. Mann, ich kann doch nicht zurückfliegen. Aber ich darf nicht. Oha. Zum Glück geht es uns gut, Leute. Ich sage ehrlich. Ente, wie läuft es bei dir die ganze Zeit? Gar nicht gut. Ich mache dir uns aber platt. Ich will Shade-Lucky-Blacke. Was? Shade, Ente? Ich will aber meine Provision davon abgeben. Gib mir was ab. Wieso ich dir was abgeben? Ich gebe dir auch nichts, Ente. Warum ist man da? Ich weiß, dass du mir nichts abgibst. Aber jetzt, ab jetzt gibt es mir was abgeben. Ente, ich gebe dir auch nichts ab, Ente. Ente, mach langsam, Ente. Ente. Was? Mach langsam, Ente. Ente, gewinnt. Und ich muss runterwerfen. Ich bin mein bester Freund, Ente. Ich muss runter. Ah, nein. Mein bester Freund. Ente, du musst runterwerfen. Bitte. Ist verboten. Gib nichts. Meins, meins, meins. Ente, du musst schnell wegwerfen, Ente. Das ist gefährlich. Nein, das ist einfach nein. Ja. Meine Ente, alles ist runtergefallen. Das ganze Shade. Ich bin auch runtergefallen. Was soll das, Ente? Das ganze Shade ist runtergeflogen. Nein. Leute, keine Sorge. Wir werden trotzdem Ente irgendwie besiegen. Auch ohne Shade. Und ich weiß auch wie. Und zwar mit einer Menge Fantasie, Ente. Die hast du nicht. Die hätte ich ausreichen. Mit Fantasie kannst du heute nichts anfangen. Ach so, Ente stimmt. Genau. Vielleicht in deinem Traum kannst du gewinnen. Ja, glaube ich auch. Oh, ich kann sogar mein Bit besser einbauen. Wir machen, Leute. Aber ganz schnell. Lass dich hier auf, da auf. Und ich hab Patrick. Was? Woher? Was? Das ist ein Ding, Lucky Block. Let's go. Dann wird sich einbauen. Ente, mach kein Auge. Mach ich nicht. Wir müssen es hier komplett einbauen, Leute. Sehr wichtig, wie ihr wisst. Dann ist es einfach unzerstörbar. Sollten auch noch. Ente, es ist vorbei. Es ist komplett eingebaut. 100% vorbei. Ente, ich hör dich. Ente, ich hör dich. Echt? Wer fängt? Bitte, Ente. Ich hab keinen Scheid mehr, wirklich. Was? Das ist ein Schildmaterial. Sieben Stück und ein Schild ab. Ich hatte es nicht. Ente, ohne Fliegen, Ente. Ich bin nicht geflogen, Alfa. Nein, ich fliege runter. Oh, oh. Soll ich den Bett da bauen? Wie denn? Das ist wie bei Bedrock. Sicher? Ja, sicher. Ganz sicher. Ganz sicher? Ganz sicher, Ente. Auch da vorne. Das ist nur verbreitet. Oh, was sehe ich da? Alter. Hör weg, Alter. Ich nehme mir gleich schnell ein Bett, Alfa. Alter, mach langsam. Oh, ich bin doch der Nervenblock in deiner Base. Nein, kauf damit nichts, Ente, bitte. Aber ich muss die abbauen, wenn ich jetzt fliege und ich die alle schnappen, ne? Gar nichts, ja. Bitte, komm schon. Ich hoffe, er hat nichts gesehen. Anso. Ach, hier war noch was. Alles gut. Was war jetzt zu? Gar nichts. Du bist zu guter Eintes, Ente. Das ist nicht fair. Du hast den Vogel irgendwie unterschubst. Sag ab schon, Ente. Stoppst mich doch. Du riechst mich niemals, Ente. Ich sag dir ehrlich. Stoppst mich doch. Guck mal, mein Bett, denn du kannst es gar nicht mehr abholen. Guck mal. Dein Bett, natürlich ist gar nicht so abholen. Das Bett hat liegen gelassen, Ente. Das war ein großer Fehler. Nein, die sind runtergeflogen. Let's go. Leute, ganz schnell aber jetzt. Warte mal, haben wir, äh, ich glaube, wir haben jetzt sehr viel verloren. Aber wir haben hier noch was. Oh, nein. Leute, wir müssen zeigen, wer der wahre Gewinner ist. Der wahre mit Skit. Es geht hier nur mit so einem Container. Hä, was hast du gesagt? Container? Alter, ja. Das ist eine Kloppe. Alter, wieso ist das schon wieder hier, Alter? Meine Krache dafür, dass wir Chell laufen von Orl ab. So, Ente, ich muss dich verhören. Du bist frei. Komm her. Ja, dein Schwert ist kaputt, Ente. Pass auf dich auf. Ich muss weg hier. Aber ich habe so viel Ernst. Du kriegst mich nicht tot. Doch, Ente, guck mal. Hä? Ich kriege eigentlich Down. Flieg runter. Ich flieg nicht runter. Du fliegst runter. Leute, du brauchst ein Schellschwert ganz schnell. Ich will das irgendwie machen, Leute. Ah, Ente. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Wo bist du, Bro? Zeig. Hey, was? Ich habe gar nichts vergessen, Ente. Was? Unfair. Du konntest dich jetzt noch retten, Leute. Nice, nice, nice. So, gleich haben wir Probleme, Leute, wenn es so weitergeht. Nein, du bist schon wieder hier, Ente. Wieso bist du schnell hier? Nein, ich bin Schell. Ente, lass es dir. Was geht ab, Mann? 2,30 Stück. Und dann Schellschwert. Ente, ey, ich lage recht, Schell. Ja, wirklich. Oh, oh. Ja, okay. Du musst es so ruhig brauchen, ich muss gewinnen. So, warte, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Erst mal hier durchsneaken. So, ähm, Ente, kannst du mich sehen? Oh, bringt dir nichts. Wie bist du die ganze Zeit so transparent? Hör sich nicht, ich bin ein Geist, Ente. Hä? Das ist ein Bild ja gar nicht eingebaut, Ente. Das war ein Großstagsregel. Ey, ey, nein, gib das zurück. Runter mit dir. Also nicht Unterschluss, bitte. Nein. Ja. Mann, ich wollte doch noch was machen, Ente. Ich will nicht besinken. Was wolltest du machen? Ich kann nicht besinken, Ente. Oh, Leute, ganz schnell, ganz schnell. Ente, ich kann über alles reden, Ente. Wirklich, über alle deine Gedanken. Über alles, Alter, ich will dich heute besiegen. Ente, wie denn? Dein Bett ist schon ab, meins nicht. Sicher? Ja, Ente. Ah, Ente, mach es gerade ab, oder was? Nein. Du kannst gar nicht abbauen. Ey, das bin doch überall. Ente, gefällt dir das? Äh, gar nicht. Um ehrlich zu sein. Ente, oh, äh, ich bin ja gar nicht. Unterschubsen kannst du. Du brauchst doch nicht probieren, Ente. Es wird nichts. Ich schubse dich schon noch unter. Nein, Ente, ich bleibe schön in der Ecke, Leute. Ich schaffe hier gar nichts mehr. Warte, ich darf gar nicht fliegen. Ich muss den so besiegen, Leute. Okay, dann machen wir das mal, Ente. Bist du bereit? Für was? Für den Untergang. Ich werde nicht untergehen. Doch, Ente, wo bist du? Hä? Wieso habe ich jetzt Gift? Was? 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 Ente, bitte lande ich, bitte lande ich, bitte lande ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich bin losgegangen. Ja, wir haben sie besiegt. Ich bin in God Mode. Aber erst jetzt. Ja, oh, Ente, warte, ich muss kurz was zeigen, Ente. Was denn? Warte mal, wo ist das? Wo kommt der Ring aus? Ente, ich hatte einmal, ich hatte zwei Container irgendwie in meiner Map. Ich weiß nicht, wieso. Hä? Was ist das hier? Wir waren versteckte Container. Ey, da sind die Pferdes drin. Das ist nur Demandante, die sind noch nicht OP, das heißt dasselbe. Ey, was ist hier? Hier ist Shade drin. Da ist gar nichts drin, Ente, in dieser Kiste ist leer, Ente, da war überhaupt nichts drin. Wirklich. Und wer macht das weg, Warte? Leute, lasst mir, wenn euch das mir gefallen hat, vergesst nicht ab zu abonnieren, um keine weiteren Videos von diesem Kanal zu verpassen. Schreibt einfach vorbei, du hast gleich da und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.